Hallo Leute, ich bin's wieder, eure YouTuberin. Und meine Schwester hat mich auch abonniert. Ich hab sie kurz abonniert, wenn da kein neuer Video da war. Es gibt paar neue, die ich gar nicht zeigen will, weil... Mein Zimmer sieht nicht so schön aus, aber egal. Ich hab wenigstens mal neue Häschen. Ihr seht schon. Ist doch süß oder nicht? Und, ja, ich mach es kurz, weil ich morgens zur Schule muss. Und, ja, ihr seht schon meinen Schlafanzug. Oh, das wollte ich leider nicht machen. Ich hab hier meinen Schlafanzug an. Mit Herz. Ja, mit süßen kleinen Häschen. Und, ja, am Weihnachten guck ich mal, ob ich auch ein Video machen würde. Wie ich mein Geschenk auspacke. Und, äh, mal gucken, wann ich mal neues Video machen würde. Mal gucken. Und ich würde richtig freuen, wenn ihr mich mal auch über YouTube mich folgen würdet. Und, ob ihr mir, ja, ihr wisst schon, liken würdet und, ja, auf den Glocken klicken und mich abonnieren würdet. Das wäre richtig toll. Und, ja, mal gucken, wie spät wir haben. Also, wir haben jedenfalls Nacht. Und ich würde jedenfalls sagen, ciao. Bis zum nächsten Video und ciao.